Ich bin gleich mit der zweiten Story durch. Der Polksturz ist gleich abgeschlossen, wenn das hier leider geht. Nein, das ist nicht Ebenherz. Ebenherz ist die dritte Story. Polksturz ist die Ork-Story. Was die Leute alles mit mir spielen wollen. Unglaublich. Kenn ich nicht und lang mehr einzuspielen. Nein, das Magier ist ja bei Sniper Elite, bei Elite-Sniper besser gesagt nicht gefragt. Da gibt es Erfahrungspunkte, jawoll. Ja. 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 Ja! Okay. 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 Aber jetzt ist nicht die Zeit für Scherze. Die verdorrte Hand hat die Wehren der Anzei zurückgestohlen, die wir gerettet hatten. Jetzt haben sie wieder... Er hat mir Anzei Marias Wehr zu sicheren Verwahrung gegeben. Liegt das nicht auf der Hand? Ich weiß es nicht. Nein. Nachdem sie das Ritual beendet hatte, ging sie. Aber ich glaube, die Wehren... Dank meiner Schwester bin ich wieder hergestellt. Und nun werde ich mich rächen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. 8. 10. 11. 15. 16. 17. Wie ist ein Klötter da? Sie bringen alle immerhin da. Da ist gar nichts da. Da ist gar nichts da. Das war's. 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 Das war's.